Was war das denn, Alter? Mich hat ein Gummibärchen angegriffen! Ja, servus liebe Freunde da draußen, herzlich willkommen bei einem Seth und bei einem weiteren lustigen Spielchen hier auf meinem Channel. Wir spielen Temore Averizia. Oder so ähnlich. Ja, in welches Abenteuer stürzen wir uns denn heute? Mein lieber Neffe, wenn du das liest, dann bin ich schon lange weg. Du bist der Einzige, dem ich vertrauen kann, ich werde dir das alte Haus geben. Du weißt von meinen Experimenten, ich hatte Erfolg. Ah, ich habe einen Gesundheitstrang kreiert, du bist ein richtiger Superheld. Es kann die Wunden jeder Person in Sekunden heilen. Ich hoffe, du kannst davon Gebrauch machen, ist in meinem Keller, mit meinen anderen Experimenten. Es sind nur so ein paar Kreaturen, die sind so als ein bisschen Kollateralschaden abgefallen, nicht weiter erwähnenswert. Ich hoffe, du wirst nicht in Schwierigkeiten geraten, pass auf dich auf. Dein Onkel Frank, alter Onkel Frank, Junge. Das ist der letzte Brief. Seine Experimente müssen ihn getötet haben. Ich weiß zwar nicht, woraus ich das gerade schließe, aber es muss so sein. Also muss ich meinen Onkel finden. Alles klar. Oh ja, natürlich. Mein Onkel wohnt mitten im Wald, ne? Er hat ein wunderschön eingerichtetes Haus, wie ich gerade sehe. Hahaha. Oh, was ist denn hier? Natürlich geht's darunter. Das Haus hat nur einen Keller und keine Fenster. Alles klar, aber darum soll's auch nicht weitergehen. Warum machen die denn so überhaupt erst das Haus? Warum setzen die mich dann nicht direkt im Keller ab? Ah, wir sollen, äh, äh, Glühbirnen werfen mit Kuh, um weiterzusehen. Ein Radio, um die Strangers abzulenken. Aha. Ja, ähm, die Tränke mit E aufnehmen und mit C benutzen. What the f-? Macht das mal gerade auf eurer Tastatur. Wie beschissen ist das denn? Okay. Das fängt ja schon mal gut an. Ach, wie wunderbar gemütlich hier. Äh, E, um die Tränke aufzunehmen. Alles klar. Falls ihr's vergessen habt, ne? Hast du mir ja erst vor zwei Minuten gesagt, aber ist kein Ding. Geil, geil. Er hat ja hier überall Schatztruhen versteckt, ne? Mit seinem Trank. Macht einen unheimlich normalen Eindruck, dein Onkel. Ich glaube, du solltest dir vielleicht etwas Sorgen machen, wer auch immer du bist. Alter, sieht das hier kacke aus, Alter. Ich weiß überhaupt nicht, was das schon wieder soll. Aber ich bemühe mich, Freunde. Ich gebe mir mein Bestes. Wer hat da gequietscht? Oha, Feueralarm, Alter. Ich muss das Gebäude umgehen, verlassen. Wo ist der Ausgang? Wo bin ich hergekommen? Oder bin ich vielleicht gar... Bin ich vielleicht gar nicht hergekommen, sondern Manuel Neuer. Der wird doch nie alt. Frankie-Line, wo bist du? Kann ich dich vielleicht noch was anderes machen hier? Ach so, da... Oh, aha. Ich kann Goldbahnen scheißen. Ja, wunderbar. Bin ich auch eine von den Experimenten? Ich bin auf jeden Fall geglückt. Zumindest im Spiel. In Real Life geht es nicht so. Komm, wenigstens einmal erstrecken. Jumpscare in 3, 2, 1... Nicht? Oh, ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht. Geht mir auch... Ja, mit flackernden Lichtern habt ihr das hier, ne? Aber... Wie sieht's denn da... Was war das denn, Alter? Mich hat ein Gummibärchen angegriffen, Alter. Pac-Man für Arme, oder was? Ich will das unbedingt normal spielen. Das ist ein Erlebnis, das sich gewaschen hat. Lass mich da jetzt rein. Ist überhaupt nicht repetitiv. Ihr habt euch richtig Gedanken gemacht hier bei dem Game, ne? Oh, Feueralarm, Alter. Feueralarm, Feueralarm. Ich hab noch gar nicht probiert hier die... Oh, um weiter zu sehen. Wollt ihr mich verarschen, oder was? Ach man, sieht ja richtig viel. Alter, was soll das denn? Kann man auch mehrere aufnehmen, eigentlich? Und dann einzeln einsetzen? Ja, kann man sogar. Nice. Nice. Dann gibt man hier einen ganzen Vorrat. Hohoho. Die Taschen, die werden klimpern. Werden sie mich wieder nicht in die Disco lassen, Alter. Ich seh's schon kommen. Können Sie mal Ihre Tasche zahlen, bitte? Die sind jetzt bestimmt alle bei dem Radio, die ganzen Monster. Die seh ich nie wieder, weil ich das Radio nicht mehr finde. Alles klar. Gut gemacht, Sef. Wiu, 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 wiu. Wie viel hab ich denn? Jetzt keine mehr. Gut. Perfekte Voraussetzung. Geschaffen, Alter. Dann die Ruhe. Uuhu, ii. Uuhu, ii. Ich hab nichts mehr. Uhuhu, ich hab auch keinen Trank mehr, Alter. Lass mich nicht sterben. Lass mich nicht sterben. Ach, es wäre auch nicht so schlimm. Es wäre nicht schade drum. Alter, ich bin tot. Ich bin gleich tot. Oha. What the fuck? What the fuck? Was ist das für eine Scheiße? Weißt du was? Unkel Frank, Alter, hilf dir selber. Ich hab keinen Bock mehr. Ich geh jetzt in den Disco. Mit vollen Taschen. Ja, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war ja mal wieder ein grandioses Game, ne? Also wirklich Weltklasse. Besonders cool fand ich. Ja, ich bin raus.